Oh, gut. Lachshäffern. 106 plus, aber nur. So, ich hätte gern Kevlar. Oppi. Jawohl. Loll. Ach, Loll. Im Gegnerteam ist einer, der einfach ich heißt. Das ist ja auch gut. Einfach ich. Ich einfach. Felix. Ja? One Catwalk. Oh, fuck. One Shot. Der Rokal-Konkurrenten. Nein, nein, nein. Oh. Ich bin hier. Nice. Komm mit auf. Oh, fuck. Das ist ein Lacken. Schon, ein Ego und dann geht's los. Ein Ego und dann geht's so richtig los. Oh, jetzt sind zwei mittlerweile drauf. 23. Cut. 23 auf der USPS. Oh. Pass. Okay, ihr beide gebt Mitte hoch. Ich geh auf B. Ja, ich geh auf B. Ja, ich geh auf Mitte hoch. Sag, guck mal, der ist da weg. Ja, ich geh. Da ist ein Rokal-Konkurrenten. Da ist ein Rokal-Konkurrenten. Guck mal, wir haben das raus. Ich geh auf den Rokal-Konkurrenten. Ja. Wir haben das raus. Ich geh auf den Rokal-Konkurrenten. meine hände zu tun warum wohl nicht nervös sein brauchst du nicht ich nehme mit eine gute so katze du kommst immer in den ungünstigsten momenten böses feuer okay einer mitte oben der eine kommt short lang 2 lang mhm ja was tun wir machen wir echo oder was tun wir du hast immer irgendwie dieselben ideen kann das sein hier kam der smoke geflogen weiß ich wo die liegt einer lower zwei ich war auf den kopf so scheiße ist das tendenziell ich bleibe uns port durchatmen koppeln nacken lang flash lauer mitte aufgegeben ich gucke mit der sind luft aufgegangen man auch mit der catwalk down und spot ok haben aber die bombe nicht soll ich ja kann mitnehmen die hat selber oder ja sorry alter bro your mic is broken drop awp please sorry habt ihr alkada nicht mitgenommen sorry wollte ich nicht be smoke die brennen b hat einer gut gebrannt habe ich glaube ich gut schauen mit der brand und mit der hi verteilt felix ist glücklich jetzt macht er rasierter richtig gegen den strich kennt ihr noch jemand ob die wusstest du dass der tod ist ja ich wusste sich und lange hat eine hi gefressen glaube ich wir wollen dich aus deiner komfortzone holen ich wollte gerade aufschnappen hat zum glauben wir vor der nase weggenommen dieser kleine e-auto fahrer das für eine beleidigung die autofahrer felix hat mich weg gemacht jeder andere schlechte bombe dauer down short der ist gestorben hammer auf jetzt ist glücklich wenn er eine braucht kriegt er eine wir haben ja nichts zu labern da hör auf wie sehr will suppenbinder auf den sack gehen er einfach nur ja aber jetzt macht das nicht mehr scheiße ja weil du spammst ich mache eine nützliche informationsreihe kauf den defuse kit guter call ja blau macht mit in der in der mitte einer wollen lauer ich dachte der safed short der orange weil ich stehe da einfach nur sinnlos rum das ist immer gut die bombe einzuheizen wo ist der gelbe ct mitte oben war vielleicht auch schon kurz und auf a und da die bombe ist ja da orange ist da wo ist der scheiß felix klone Oh. Keine Ahnung du. Ich bin vorgelaufen, war's da kaputt. Ich bin kurz davor. Hier ist ein Ding ins Drinnen. Was denn? Geht dieser eine Nate, die Schüsse macht. Einer B, einer Mitte. Oh, B. Oh, fuck. Einer Auto. Ich hab ihn. Nice. Tür. Nice. Oh, nice. Da hat er eine Namek rausgehauen. Da war er. Da war er. Da war er. Da war er. The AK is too yellow, please. Thank you. So, wo ist jetzt unser fünfter Mate hin? Ich krieg Aussetzer. Ja, haben wir halt 1,30 Zeit. Wir ziehen ihm jetzt alles mögliche zu. Ja, wieso kann ich mir keinen hin? Du kannst dann, du kannst alles nur, das Zeug nur einmal kaufen. Die asozial. Die asozial. Außer Flash kannst du nochmal kaufen. Ja, kannst du zwei pro Runde kaufen. Auch wenn ich Steuer rumdrücke. Ja. Auch wenn du Steuer rumdrückst. Die asozial. Asoziales Gesindel. Obwohl eigentlich, obwohl der logisch, ja. Ich wär trotzdem froh, wenn unser Mate wieder kommen würde. Der hat ja doch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen, ja. Ein bisschen was. Zumindest eskaliert im Gegnerteam nicht der eine, der wie keinen Rang hat. Aber man könnte auch meinen, dass das ein Smurf ist. So. Warum wohl? Ist relativ ähnlich der Name. Oh. Welcome back. Bitte. Bitte. Junge, bewegt dich. Oh, er kauft. Huh. Ähm. Gut. Die gehen wieder hoch. Ich geh B. Auch wenn sie jetzt nicht B kommen. Ja, die kommen wieder hoch. Doch, B. Ja, da werden wir noch einer. Irgendwie, da werden wir noch einer. Einer brennt im B. B. Bomby. B. Im Kank drin, ne Felix. Ah, ah. Ach Gott. Einer hinten, du. Ach dem, glaub ich, die 6000er. oh komm defuse komm wieso bist der letzte nice zum glück ist er zurück aber kauf was geht wenn das nie in die hose geht das ist die langsam schießende ak habs gemerkt sei auf lang und wo kurz ich habe ihn gedinkt perfekter scheiß geh doch daun park auf dem 1 45 und 73 noch gedrückt misst sorry das ist der einzige der für das team kämpft die drei und gehen wir B ja let's go B wieso steht die auf drei schuss weil du eine rechtsklick hast ich habe keinen rechtsklick gemacht okay wieso bin ich allein hier allein allein mach doch ein okay auch eine flash für A lang ich gehe mit der bombe mit ich gehe mit der SG ich gehe mit der SG ich gehe mit der SG okay ja nochmal oder ich kann nichts was machen machen wir das anbaut mal kurz ab und dann nicht durch nicht durch du hast die bombe er schon wieder afk schon kommt anständig hinsetzen ja dem stimme ich zu noch mal lieber nix ja du sollst doch nicht flaschen ja pf du musst die erste komm blau ct steppt ich gehe auf short looted short down einer noch einer hat unhit short hat er dein lack gesoffen felix ja das war der den ich ins bein geschossen habe nach einer zeit lässt er die bombe fallen machen wir es halt ruhig warten mal eine zeit vielleicht kommt einer gepusht und dann schnappen uns die bombe ganz einfach haben auch für alle fälle lang gemolliert ok komm auf zu b 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 joshi alter noch einer mit der mitte oben auch orange hat sich gerade gerührt ok orange ist hier boxes down rechts an der box ist noch einer obendrauf und den genau die und jetzt kommt das der hat doch nur gewartet darauf dass der gelegt hast ja aber jetzt ist hoffentlich orange wieder da ja hat gekauft nämlich gerne akv free links immer wieder lang ich flash dich du nimmst die bombe mit alle gut sorry ich halte short und ich habe keinen bock nochmal drauf zu gehen einer ct short und ct und und alles äh ja ok suchen wir nämlich flash dich ähm bombe ohne bombe bombe lauf 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 ich hab die bombe ich lege einfach die Beweise erstmal vernichten die hat Moll äh sorry Bro haben die mich hier hochgepusht oder was denke ich anscheinend einer lang Schauen Nice Alter die Schatten sind ja mega krass mit den Schatten kannst du ja richtig gut machen ja ok ich verpiss mich oh wieso oh Terrorists win oh das ist auch best weiter hast du dir noch eine Akade geben ne so schnell hätte das nicht sein können oder? auch egal so gehen wir nochmal lang oder? oder? uh ARD ist online aha am streamen mir interessiert das uch die war nix sorry wir sind weggebrandet Zitat aus ein Schuh des Manitou was kannst du eigentlich wo? äh oben auf A oben noch oben bis letzter hast du einen neuen doppelglock skin oder egal schade aber du warst allein da kann da nicht so viel entgegenkommen so gehen wir jetzt kleine spende bitte felix 90 ja keine ahnung wurde dir zugeworfen orange ich kann da durch morgen macht es war aber noch ok ok man close window down so liegen ich mach's eigentlich im weg ok Tür kommt einer loch von loch von loch von loch von loch von loch Gut, gehen wir lang. Hat der weggesmoked? Boah, hab ihn geflasht. Nochmal. Ja, okay. Ja, okay. Mach mal A oder... Ja, weiß nicht, guck mal mit der einfach. Mit der nehme ich gerne. Die war kacke, weil der mich geblockt hat. Oh, boah. Mitte down, einer. Das Programm ist scheiße. Einer kommt, CT. Nee, kommt Mitte. Mit der down, einer. Noch einer Mitte. Und einer lang, glaube ich. Nice. Uuh, uprank. Alter. Null verdient von mir, aber hey. 5.109. 105. Er kriegt halt immer noch mehr Punkte wie ich. 08. 50. Vielen Dank.